Rechts gehen, wie ein Kommandant rühlt mich, und meine Freundin ein älterer Mann auf dem breiten Menschen leeren Spazierweg an der Halster an. Ich frage meine Freundin... Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Vergiss es. Nein, ich möchte verstehen. Was hat er doch gesagt? Rechts gehen. Er hat uns angebohlt, dass wir auf diesem breiten Weg rechts gehen sollen? Wir mussten anhalten, um richtig über diese Absurdität lachen zu können. Aber woher nehmen sich diese Menschen das Recht, fremde Menschen so anzubrüllen? Haben Sie nie gelernt, dass man Fremde nicht einfach so anbrüllt? Meine Schwiegermutter pflegte stets ihren Satz so zu beginnen. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist, aber hier in Deutschland... Ich weiß nicht, was ihr in der Schule lernt, aber bei uns in Deutschland lernt man... Aber sie hat mich nie gefragt, wie es bei uns ist, was wir in der Schule lernen. Im Schulhof allein, die Eissapfen tropfen im klaren Sonnenlicht. Ich mache mich möglichst klein und rund, wie ein Käfer vor Gefahr, und schreibe an chinesische Schriftzeichen für Frühling in die Erde, das Mama mir gerade beigebracht hat. Ich fühle mich wie ein Stein, der aus dem Kreis getreten ist. Saolegi, du sprichst anders, also gehörst du nicht zu uns, also spielen wir nicht mit dir. Warum? Warum? Ich habe noch nie gesagt, dass ich nichts anderes gemacht habe. Ich habe noch nie gesagt, dass wir uns die ganzen Sachen zu tun haben. Es ist sehr schön, dass ich zu dir, wenn ich, dass ich zu dir, trinken möchte? Oder ich will mich mit dir? Oder du willst mich mit mir und zusammenbleiben? Ich bin halt nicht so. Doch ich bin das für dich. So ist das für dich, wie sich dein Dialekt macht. Und wie soll es sein? An diesem Tag, in diesem Moment, habe ich mich fest entschlossen, so schnell wie möglich diesen Dialekt zu meistern, mich zu verkleiden mit dieser Sprache. Ich werde mich nie wieder in solche Situation begeben. Nach vier Grundschuljahren in Daegu zogen wir zurück nach Seoul. Meine Klassenkameraden forderten mich auf, den Dialekt vorzusprechen. Du bist doch aus der Provinz, wieso sprichst du nicht den Dialekt? Bitte, 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 bitte. Diesmal würde sich niemand über meine Sprache lustig machen. Diesmal werden sie nicht auslachen, da ich nun doppelt gerüstet bin. So spreche ich einige Sätze im Dialekt vor und dann... Hör doch mal, wie provinziell diese Sprache klingt. Die halten sich ihren Bauch vor Lachen. Ich habe angefangen, von einer anderen Welt zu träumen. Eine grenzenlose Welt der Sprachen. Und ich habe sie entdeckt, die Geschichten aus tausend und einen Nachden. Ich bin in die Spenden eingetragen und habe sie gesagt, drüber gelesen. Ich habe sie gesagt, arabisch, türkisch, persiamal. Arab-Mal, Tauki-Mal, Gries-Mal, Indon-Mal. Wir alle alle, die 한국-Mal auf die Ausflachen und alle, dass sie alle nachher gekommen sind. Ich habe sie gefragt, ob ich zu Ihnen gehöre oder nicht. Ich habe sie gefragt, ob ich zu Ihnen gehöre oder nicht. Ich habe sie gefragt, ob ich zu Ihnen gehöre oder nicht. Ich habe sie einfach da. Wir haben einfach nur zusammengebracht. Hassan, Kazim, Morjana, Baba, Aladin, Sahana, Abkhil, Abusir, Abdul, Mohamed, Bagdad, Samarkand. Ich habe die frikrosbare Perle meiner Schatzkrammagerandet und mein Zauberstück zu dieser Welt und die Welt in diesem Welt. Hör, 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 hör! Im ziellosen Verziergang, irgendwo in den Bergen von Österreich, im Schatten meines großen Sonnenhuts, setze ich mich auf einen großen Stein. Ich bin wieder mit dem Gefühl geplagt. Ich bin wieder mit dem Gefühl geplagt. Auch hier gehörst du nicht hin. Ich habe die Erde nachgedacht. Die Erde hat mich fest und stabilisiert. Ich schaue mir die Erde an. Die Erde trägt mich fest und stabil. Und, wer warte, wohne, wohne, wohne. Hier und hier rum, wo die Erde schüben. Ich habe keine Zeit, wo die Erde fliegen. Ich habe meine Zeit, wo die Erde hier nicht unterhalten. Ich habe keine Zeit, dass es überall rum. Das Glück, wo die Erde blabw soyeah! Das sei, wo die Erde fliegt. Einige Wolken hier und dort, sie bewegen und ändern sich ständig. Sie überhaupt nicht, irgendwo bleiben zu müssen, irgendjemandem gehören zu wollen. Ich bin ein Mensch. Kein Baum. Ich hab keine Wurzeln. Ach, ich bin die Wolken. Der Himmel ist mein Zuhause. Der Himmel lehnt niemand und niemals ab. Der Himmel ist immer klar und makellos. Also, ich gehöre niemandem und nirgendwo hin. Ich bin ständig anders. Ich bin ständig die Andere. Ich habe keine fixe Identität. Ob die Wolken zu sehen sind oder nicht. In welcher Form sie aussehen mögen. Welchen Namen sie tragen mögen. Sie sind immer zu Hause im grenzenlos blauen Himmel. Was für eine Befreiung. Ich hab keine Angst mehr. Wow, 이 해방감. Ich bin nicht stolz guests. Ich bin nicht stolz. Vielen Dank.